Es ist ja ein riesen Bullshit, was wir hier abliefern. Ne, ein bisschen was als Karpi. Wir könnten auch nur 1% haben. Ja, das geht auch. Na ja, ich farm jetzt hier noch ein bisschen was. Ja, wir können ja... Nein! ...Harras nicht karten und Trinical Streaks machen. Ja, ich hab nur kills. Ich bin mal positiv. Wenn du jetzt kommst und mir meine Aufnahme fast haust, weil ich jetzt einmal positiv bin... Was? Du willst auf? Ja, endlich mal wieder. Ah, hello YouTube! Und morgen warst du spontan. Scheiße, jetzt komm ich wegen dir nicht... Guck, kaum ist wenn, da kann ich schon wieder nicht spielen. Das ist doch... Ja, ich... ...kommette Bosshaftigkeit einfach in mich auf. Weißt du? Boah. Ich bin einfach so Boss, dass ihr neben mir einfach nur Noobs seid. Man, guck, jetzt bin ich tot! Ich hab jetzt... Keine Ahnung wie viel getötet. Zu wenig. Zwei. In drei Minuten zwei Kills gemacht. Ich bin jetzt noch 12-7. Sven ist jetzt seit einer Minute down. Hab schon wieder einmal gestorben. Ja. Jede Minute ein Tod. Ja. Der Preis, den du für meine Anwesenheit bezweißt. Stimmt. Das ist dein Karma. Das irritiert mich. Und das Gute ist, ich bin immer positiv. Digga. Dein Karma zerstört meine... Alter. So, ladet ihr mich dann mal ein? Ja, natürlich. Können wir tun. Ich bin nur, ich glaub bei 99 Prozent. Das heißt, ich sollte jeden Moment spawnen. Einladung ist raus. Aber ich bin immer noch bei 99 Prozent. Ja, das ist Planet Zeit. Das dauert vier Minuten oder so. Ah, die ersten 99 Prozent, die sind in einer Sekunde gemacht. Und das letzte Prozent dauert eine Minute. Ja! Nein! Schon wieder tot! Ja, eine Minute ist rum, Futter. Hey, what? Ich hab den nicht getroffen. What? Nein, 41 Sekunden. Wer steht da? Dass ich genau 41 Sekunden überlegt habe. Boah, Digga, ist Marty Crafter. Hör auf, eine Freundschaftsanfrage zu senden. Wer? Marty Crafter, der schickt jedes Mal, wenn wir online sind. Eine neue Freundschaftsanfrage. Wer ist das? Keine Ahnung. Ein Abo. Ah, hi! Schön, immer weiter Freundschaftsanfrage. Die zwei freuen sich wie blöde. Immer schön weiterschicken. Ja, wie blöde, genau. Wir kommen uns vor wie blöde. Wenn du uns im Freitagestag eine Freundschaftsanfrage schickst. Eben. Also immer weitermachen, die freuen sich. Ja. Du meinst, in einem Tag ist das nicht das? Ja. Ja. Manchmal. Nee. Immer. In Planetside, oder wie? Nee. In real life, weißt du. Also. Kennt ihr denn persönlich? Nein. Und warum kann er euch dann freuen, dass er einfach in den Wehler schickt? Ja. Dumm, ne? Kennst du immer dich jetzt ernsthaft? Alter. Nein, kenn ich nicht. Kann man das essen? Guck mal, ich bin schon wieder, du. Lass mich gucken, wie lange habe ich jetzt überlebt? Knapp 50 Sekunden. Kaum ist es für alle Minute sterbe ich jetzt. Ich krieg doch echt einen Vogel mit dem Typ. Oh, Tom, wir leben hier noch. Mega, alter. Ja. Cool. Boah, Alter. Oh, von der Speergranate. Vom Verbündeten. Im... Sandwas, boah. Alles klar. Ja, willst du mich nicht wiederbeleben, Sanitäter, du grünen Sohn? Versteht der und macht irgendwas, alter. Ganz nicht. Da kommt ein Sandi! Von vieles. Da kommt der Tod. Oh, ich schlieg mich mal. Tod. Aber ich hab ne sonderer Kill, es ist. Ja, der ist explodiert. Ja, der ist explodiert, natürlich. Ich hab der C4 dran gepappt. Do you know who did it? Alter. Wir sind schon wieder aus der Base ausgedrückt worden. Ja, weil ihr einfach Lappen seid. Boah, jetzt schiebt der Lightning den Typ weg, wo ich... Boah, das Spiel ist. Das sagt so Hartschwänze, das ist brutal. Du sagst Hartschwänze? Ja. Das Spiel. Wusste es schon immer, Futur. Halt die Klappe. Guck, jetzt sterb ich schon wieder. Da wollte ich das Swim. Ja. Nicht der einzige ist. Oh, wie lange habe ich das vermisst, das zum Gelaber. Was für ein dummes Gelaber ist alles ernst gemeint. Ach so, von Tatsachen. Absolut Schuhen ist, ey. Tatsachen. Tatsachen berichtet. Also ich kenne eigentlich keinen Spaß. Kann man das helfen? Alles ernst. Wie kann der mich durch den Baum erschießen? Yes, bouncing Betty, bitch. Hey. Boah, weg die... Boah, Sucker da. Ich weiß halt echt nicht, ob Snipen in so einem Kampf zum Einspielen, die so die wahre Lösung ist. Nein, ist es nicht, definitiv. Nee, weil ich mit dem Baum's 50 kommen und ich... One... Headshotten, Alter. In jeder Scheiße... One Headshotten. Ja, One Headshotten. Aber ich mach Pills-Footer, das ist der Unterschied. Ich auch. Ich bin noch positiv. Ich auch. Ja, was halt du darfst. Es ist der Flow wegging. Dieses... Kann das nicht, äh... Ey, hört auch auf mich zu snipen, das mag ich nicht. Ja, die sitzen oben auf der Plattform. Ja, ich hab's auch gar gemerkt. Oh, die NCs schreiben schon im Chat, hört auf zu kämpfen, geht doch einfach aus dem Klo. Don't fight, go to the toilet. 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 Das ist ja ein riesen Bullshit, was wir hier abliefern. Ein bisschen was SK abliefert, naja. Also ich find das voll gut, was wir machen. Nein. Da war doch grad noch da. Boah, lauft der... Weißt du, ich schieß grad, da lauft der Arsch weg. Ja. Ja. Ja, aber weißt du, lieber sterben wir mit Ehre und kämpfen, was wir jetzt alle aufs Klo geben. Er schreibt es doch rein, du erzählst das nicht. Ja, wie kann einer sterben? We fight with... Was heißt Ehre auf Englisch? With honor? And... No go to the toilet. Ist das schon so irgendwas? Warte mal, ich schreibe mal was rein. We fight... We fight... Schreib mal honor? Honor... Ich weiß nicht. Pfff... With... With... On... And... Go to... Toilet. And don't go to toilet. And I go... I don't... Don't go to... Glory from the Empire ist eigentlich das richtige Wort. Toilet. And... Chloe... For... For... The... Empire. Muss schreib' don't... Don't toilet. Ah, die schreit doch selber den Scheiß. Dixit, was? Dixit. Pro Geo Toilet. Toilet. Was, Bro, geh zur Toilette? Ja, Bro, geh zur Toilette. Ich hab da insane Opist. Opist? Ist da angepisst? Ja, aber jetzt hab ich einen von den Scheiß Fuckern da oben. Ich hab endlich die Höhe rausgefunden, wie weit ich drüber halten muss. Auch die Fucker da oben interessier' ich mich einfach null. Ich hol' die ganzen Leute, die hier unten wahllos übers Feld rennen. Ne, ich hab... Ich hab jetzt die Höhe rausgefunden, wie viel Kugeln ich oben drüber halten... Oh, jetzt hat er mich... ...halten muss, damit ich ihn treffe. Ja, jetzt hat sich das mit der Höhe wieder erledigt, weil jetzt bist du tot. Ne, ich werd grad wiederbelebt. Sie hat einfach nicht mal welche mehr von denen, ne? Ist halt der nächste Witz. Oh, jetzt hab ich sie gefunden. Ne, oben ist jetzt sauber, ja. Da kommt jetzt... Ah doch, einer ist noch da. Zwei ist noch da. Ach, sauber nennst du das? Naja, statt vier nur noch zwei. Also ja, das nenn ich sauber. Das ist 50% gekleert. Aber die... Die zwei, die noch oben sind, die rennen immer weg. Die bleiben nicht stehen, die dummen Köpfe. Ja, das kann man auch so nennen. Oh, jetzt bleibt der natürlich stehen. Ja, natürlich. Wow, Nemesis kill. Ne, verdienstabzeichen. Heißt, guys, guys, what? I'm eating Schnitzel and toilet? Ja. Mach ich auch immer. Ich hab aber auch Schnitzel gegessen. Ich hab noch was besseres. Moment, hier. Äh, look at LappengemaTV on YouTube. Ja, wenn sie schon diskutieren, dann kann man auch da drüber diskutieren. Schon Deutsch schreiben hält, Alter. Ja, dann. Nicht so schön. Ja, dann.